Umgeniedelt, hast du gesehen? Umgeniedelt haben wir den. Umgedödelt haben wir den. Einfach krass. Gedödeltaktült, was? Hey Leute, mein Name ist Bergtussi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. In der ersten Episode war ich nur mit Mike, dem vierten, unterwegs. Und wir haben uns noch Shadow eingeladen und dann sind wir zu dritt losgegangen und dann ist es wirklich eskaliert. Das, was wir da an Schrott gelabert haben. Sau lustig. Schaut's euch an. Leute, habt Spaß. Sondern, wenn du das Video bei dir hast, dann können sie sich entscheiden, ja, guck mal bei Mike, ob ich denn vorbei oder sie lassen es einfach bleiben. Verstehst du ich meine? Ich mach's wegen dem Spaß. Ich mach's nicht mehr wegen dem Abonnenten. Ja, ich spiel... Ich hab YouTube angefangen wegen Spaß und ich werd auch YouTube aufhören wegen Spaß. Aber nee, YouTube aufhören werd ich sowieso nicht. Da liegt er. Der Kleine. Hey, ich fliege! Ich will nicht mehr treffen, oder? Autsch. Aua. Zwei mit einem. Freut er sich, ne? Ja, ne? Freut er sich, der Kleine. Wie so'n Hund. Könnt ihr mal stehen bleiben? Autsch. 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 Das kann nicht die Pistole sein oder ich treffe irgendetwas, was irgendein Körperteil, wo ich dann auf einmal so einen extremen Schaden mache. Kann passieren, ja. Wieso, Mami? Nimm doch Bergfußi oder Shadow. Nö, nimm jemand anderes. Ja, nimm Mike. Zum Beispiel blaue Zahlen. Ich habe noch nicht herausgefunden, was blaue Zahlen sind. Blaue ist bei Betäubung, ja. Aber ich kann die eigentlich nicht. Ich habe nichts mit Betäubung, was auch. Naja, die Waffe hat eine leichte Betäubung. Blaue Zahlen siehst du ja hier in der Move-Blister. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. T fest. Wie jetzt? No, genau. Shadow hast du wieder vorus. Ja, ja. Ist ja wieder typisch fertig. E, ja. Er hat Fersengeld hinterlassen. Achso, warte. Ist das akzeptabel. Da hinten ist er schon wieder. Guck mal. Er grast im Sand. Er grast im Sand. Er grast im Sand. Das grast ist, Mike. Ja, genau. Warum fässt du dir mal Shatter an? Warum und mich? Hä? Du alte Gruppe. Vielleicht, weil er sich gerade gesagt habe, ich grase nicht. Ich sande. Jawohl. Ja, genau. Und wieder mich. Wie er sich folgt. Oh ja, nee, ist richtig. Guck mal, hier gibt's ein Steak. Ach nee. Ist nur ein Schwanz. Da von der Seite aus wie ein Steak. Mike sammelt die gerne. Was denn? Eine Schwänze? Das ist jetzt die Schwänge von den Tieren. Ja, hier Mike. Hier ist ein Steak. Ein gutes. Hä? Ich schätze, du bist ein alter Mistbock. Au. Ich bin eine Mistkröte. Kein Bock. Das ist okay. Autsch. Autsch. Das war ein Schlag von mir und da war auch gleich Geschichte. Ja. Schau, dass man hier sieht, wer mehr Schaden gemacht hat. Ja. Ah, willst du das angeben, ja? Ja, natürlich. Was hast du denn gesagt? Das hätten wir echt noch 36 Sekunden schneller schaffen können. 36 Sekunden schneller? Wir hätten es unter 5 Minuten geschafft. Gibt es denn bei Freibio oder Freibio? Ja. Wir sind so ein Damagemeter, was du eben meintest, das wäre schon nice, wenn es das noch geben würde. Also ich wäre ja für Freibio. Das nehme ich auch. Wobei, ne. Bei der Manöverliste siehst du unten die Schadensarten. Ach, das ist das Blau halt betäuben. Ich mache immer so 600, 700 Betäubung. Ist das okay. Ja, aber ich habe nichts drin mit betäuben. Den Hammer habe ich in der Hose, den brauche ich nicht. Ah. 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 Diese schlaffe Düdel. Den haue ich einfach so auf dich, wenn ich sage. Und wenn ich nie benimmst, dann haue ich ihn links und rechts um die Wohnen. Ich muss mich aufpassen, dass ich mich herumwickelt, dann bist du nicht blind. Das für ein Düdel, ey. Ich habe dir schon mal gesagt, ich habe Schlepphoten, ich brauche schon zwei Paar Schuhe für die. Kleine Kinderschuhe? Nee, die brauchen eigentlich schon richtige, äh, kennst du diese holländischen, äh, die holländischen, äh, äh, Holzschuhe? Ja, die brauche ich. Äh, die hat gesagt, das ist normal, nicht mal so. Ja, ja, ja. Da habe ich ja noch ein paar Jahre. Hahaha. Schei. Muss schon mal vorbereiten. Ja. Also am besten du fängst an mit den Kleinen, äh. Ich fange mal mit so einem Hosenträger Hosen an. Oder? Ich fange mal weg dafür, dass ihr wieder dabei seid. カustier Hosen an mit so einem Christen, den Garten mit W Long- zdarfen. Niemniemniemniemn Wir haben doch gerade gehört Das bin ich Das bin ich Alter mach den nochmal Meine Sprache sind nur auf die Bäume zu achten Wieso auf die Bäume? wenn sobald ein baum umkippt weißt du wo es ist ja ich nehme mich jetzt hier an die sache seite und gucke bis ein baum das ist ein fett an um das war bergdussi da spielt wieder holz der bindet sich wieder wie der axt im walde um kommt mit der axt da sei er der kumpel die dankeschön der schilder frei als auch selbst befreien folge mögliche sagen einfach ein paar mal ausweichen einfach was war gar nicht war ganz viel schöner zu sehen wie da jemand im eisblock ist hi ähm und auch zwölf auch ja ich weiß auch nicht Pistil mag. Nein, nicht schießen. Jetzt schießen. Lein schon das Schild, das ich mir jetzt drauf geschossen habe. Dermaßen OP. Wie warst du? Das Leben, was ich verloren habe und dann wieder voll bis oben hoch Schild. Also 28 Stacks am Schild das Maximum, was ich haben kann und dann hoch bin. Na, doch nicht. Dreißig? Oh, krass. Okay. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter. Ich habe nichts gesagt. Ich kam bis jetzt noch nicht so hoch. Muss ich mal dazu sagen. Vorher wurde ich immer irgendwo getroffen, oder? Ist das eine Zelle, die du drin hast? Wo ist das so ein... Das ist eine Zelle bei der Pistole, ja. Ne, eine Zelle, ein Gadget bei der Pistole. So ein blaues Teil, was du drin haben kannst, mehr oder weniger bei der Pistole. Und das deckt halt ein Schild, wo ist die Mitarbeiter bei 43. Das heißt, selbst wenn ich komplett das leeres Schild hätte, hätte ich es wahrscheinlich jetzt wieder voll. Äh, komplett leeres Leben hätte. Aber nur mit Schild gefüllt. Sobald sowas als Nahkampf zu finden. Ja, das wäre krass. Ja. Und es wäre... Kombination dann noch mit neuem Leben. Das ist dann... Ziemlich stark. Fünf... Das war ja einfach, oder? Krass, das Schild bis auf fünf Minuten das Deck gekriegt hat. Nice. Das ist eine gute Zeit. Vier Minuten ist eine saugeile Zeit. Aber heftig. Einfach umgeniedelt. Hast du gesehen? Umgeniedelt haben wir den. Einfach umgedödel, ey. Umgedödelt haben wir den. Einfach krass. Gedödelt, taktült. Was? Pfff. Alter. Oh, Hilfe. Lass den begraben. Das war doch eine schöne Runde. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Das Gameplay mit Mike dem vierten, Shadow und mir. Es wird sicher noch einige, einige Gameplays mit Mike dem vierten oder auch mit mir geben. Entweder natürlich bei Mike dem vierten im Kanal oder bei mir im Kanal. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Genauso viel wie ich auf jeden Fall. Macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020